Manuel Neuer ist schon richtig breit. Das erste Spiel war ja leider nicht so gut, aber das zweite war jetzt wirklich gut. Also ich denke, dass sie auf jeden Fall weiterkommen. Also die Vorrunde schaffen sie auf jeden Fall. Ja, ich fühle mich einfach nur großartig. Ich freue mich einfach, dass man wieder so zusammen sein kann. Dass wir diese Emotionen hier in diesem geilen Soda erleben konnten, von einer 1-0 Rückstand und dann haben wir so losgelegt. Das war mega geil. Das war super. Deutschland!